Und damit ein herzlich willkommen zu einer neuen folge let's play cash of flats und heute eine absolute premiere ich glaube ich habe noch nie so später ein video gemacht Ihr werdet es wie immer um 18 uhr sehen aber es ist jetzt sage und schreibe halb zwölf Aber ich dachte mir morgen wird es ein bisschen stressig für mich mit den videos machen die stimme minimal angeschlagen ich hoffe Sie hält das video über durch und ja ihr seht rechts und links rote biken was heißt das ist der account von meiner schwester mit Drahthaus level 8 warum ich habe vor ein paar tagen euch einen go wipe angriff gezeigt aber nicht im klaren wollen ganz ehrlich Brenner ich ihm das quatsch auf nicht klar aber ist absolute quatsch zeigt uns doch bitte mal im klaren war und klar euer wunsch ist mir befehlt Ich habe mit pepsi alias marie alias meiner kleinen schwester ausgemacht komm im klaren war machst du mal ein go wipe Und habe sie dann instruiert wie sie angreifen soll muss dann ehrlich gestehen während des feils hat hat es mich Überkommen und ich habe mir dann selber das ipad geschnappt weil es wäre ja aus der go wipe angriff gewesen ich habe sie schon gesagt hier drückt da drückt da Aber wenn es dann richtig heiß herging konnte ich nicht anders dann habe ich selber hand angelegt Und die truppen gesetzt und ich zeige euch mal wie es ausgaben ist also der klaren war leider wurde verloren Sowohl brennerechen 13 als auch brennerechen 2.0 haben es momentan sehr sehr häufig mit asiaten zu tun wir können ja mal kurz in den Lok reinschauen habe ich selber auch schon nicht und ihr seht auch hier Ja vieles aus dem asiatischen raum sehr sehr viele niederlagen aber gut das kurz dazu man kann halt einfach nicht nur gewinnen Und ja wir schauen jetzt mal wie der go wipe angriff ausging ich habe vorher schon mal kurz durch geschwollt Er war so im unteren bereich lasst mich mal kurz schauen Zwar mehrmals angegriffen worden aber immer nur tust das ja und es war ging schon los dass ein gewisser alex nein das war nicht ich Die base schon angegriffen hatte von ihr obwohl sie gar nicht Noch angegriffen hatte und dann haben wir gesagt gut Was machen wir jetzt Greifen wir trotzdem angehen auf 2 beziehungsweise gehen auf 3 seht ihr 96% war sogar richtig knapp noch am ende Und sie ist ja wirklich was das angeht Absolutes basic also ihr pecker ist noch auf 1 läuft es mittlerweile auf 2 golem ist auf 1 Barbarenkönig auf 4 wir hatten 2 wut und ein heal dabei Hatten ja schweinereiter zum klaren book locken dabei und sehen hier eine rados 8 base die Mittelmäßig ist ich würde sagen mittelmäßig und wir fangen gleich mal an dann zeige ich euch wie es ab ging was passiert ist Erstmal da oben haben wir die schweinereiter gesetzt und dann so die klaren book gelockt und der zweite hat auch gott sei dank lange genug ausgehalten dass alle truppen rauskamen Hier waren minions drin gar nicht ganz so fair oder nicht ganz leicht zum ausschalten Ich habe jetzt gesagt komm nochmal den barbaren ersetzen und wir haben es probiert das ganze so gut es ging eben in den äußeren bereich zu locken Dass die einigermaßen auf einem fleck waren das hatte dann am ende auch ganz gut funktioniert und jetzt der klassiker ähnlich wie es ihr auch im gestrigen video bei mir gesehen habt Wenn ich mich recht ins sinne kommen ist dann gleich die golems auf eine stelle habe ich gesagt kann sie die machen und dahinter ihre magier Also wir haben hier nur zwei golems dabei man muss ja bedenken mit rados 8 habe ich ein bisschen weniger platz an truppen Und deswegen reichen hier zwei golems aus und ja dahinter kamen die magier durften erstmal die minions ausschalten das ging wirklich recht schnell Die golems mussten schon ganz nett einstecken Mauerbrecher Ja kamen ein bisschen spät da kamen auch langsam im moment wo ich eingegriffen habe aber war noch okay und haben auch hier wirklich schön nach vorne gebrochen Riesenbombe hier ausgelöst Durch die Ein problem das war Nicht perfekt also sowohl der barbank sieht rechts rum und der eine pecker aus der kleinburg zieht links rum also die sind nicht mal ins zentrum rein Nochmal mauerbrecher hinterher in kombination mit dem wut man muss ja bedenken wir haben keinen Jumpspell hier was man nicht vergessen auf und die nächsten peckers auch richtig richtig ungünstig bin ich ehrlich habe ich verschwitzt ich hatte es nicht mehr gesehen Hier oben haben wir noch eine bauhütte und die hat uns dann am ende verhindert dass die peckers reinziehen und trotz dessen sieht man dass wir Die eben am ende gut waren also hier in der mitte habe ich es noch mal wut drüber gehauen wir hatten da beide golems am start und dahinter noch Einen kleinen fleißen magier und dieser wage wird gleich noch eine erhebliche bedeutung haben wir hier sehen werdet also ja außen pecker hat richtig gut aufgeräumt auf der anderen seite die Anderen peckers 50 prozent also überhaupt kein problem die frage war es aber eben wie bekommen wir das rathaus dauern jetzt hier das rathaus steckt ein Man sieht es kaum hinter diesem golem ist der kleine magier und dieser kleine magier hat das rathaus wirklich ganz alleine geholt Golems haben wunderbar getankt also seht ihr level 1 golem bei rathaus 8 der verteidigung halten wirklich enorm viel aus Und der erste pecker hier unten ist es down gegangen hier oben Kämpft auch noch eine ich habe gesagt setzt jetzt hier unten noch die restlichen minions und die bogen hin wir hatten ja die zwei sterne schon gehabt Ich hatte aber gar nicht so ein schlechtes gefühl was drei sterne angeht wir haben auch gesehen am ende mit 96 prozent es war recht knapp Vorteil war wirklich dass hier in der mitte wunderbar weggetankt wird durch der golems die minions konnten hier von außen noch mal schön aufräumen dann kam natürlich leider die luftabwehr Die uns da ein bisschen strich durch die rechnung gemacht hat und auch der 1er pecker die hauen nicht wirklich vom Fenster vom hock vom fenster vom hocker Was die aushalten also ist wirklich richtig richtig übel und hat mich auch gefreut dass es dann noch geklappt hat also er war sich auch wieder nicht Perfekt gar keine frage halb ich angegriffen halb meine kleine schwester also ist noch Verbesserungspotenzial ihr erster halber go hype angriff aber man sieht wirklich sobald ihr golem habt mit ratus 8 finde ich ist es auch bei ratus 8 die Angriffstaktik die man anwenden sollte wir können es mal hier kurz vorspulen ihr seht hier pecker hat noch ein bisschen getankt magier hinterher der golem Konnte leider nichts mehr tanken und ich weiß gar nicht ob die zeit am ende das kriterium war ich glaube die zeit warum weswegen es nicht geklappt hatte Irgendwas in die richtung Nein jetzt so rum war es genau pecker war leider da und konnte nicht mehr tanken und jetzt haben wir abgebrochen Drei gebäude wären noch übrig geblieben ein magierturm ein elixier lager wenn die peckers reingezogen denke ich wäre sogar ein fließter gewesen und Mit ratus 8 ratus 8 fließt dann ist nice zumal ja das eben hier nicht eine super mega anfänger basis und viele haben auch gesagt zeigt doch mal wie sich die base schlägt von der pepsi Die habe ich ja mal in einem video mit euch zusammen gebaut und wir sind getustert worden mit 96 prozent und 97 entschuldigung und sind oft angegriffen worden und es wurde drachen probiert es wurde wirklich vieles probiert teilweise auch von ratus level 9 aber keiner hat es geschafft eine ratus level 8 base zu fließt dann und dahingehend muss man wirklich sagen Ist die base doch ganz ordentlich also sie ist hier vorletzte weg sehen hat geht es wirklich langsam auch in gerichte in die richtung max Rathaus 8 base klar bei ihr fehlen ist noch die bogentürme und die teslas ansonsten Mauern habe ich auch schon mehrmals angesprochen möchte sie noch alle auf 8 durchziehen ist sie wirklich gemaxt ist mal die truppen auch außen vor Da kann sie noch ein bisschen weitermachen ist ja auch gerade fleißig dabei aber mir geht es im osten Moment um die verteidigungseinheiten und die luft hat bei ihr sogar noch puffer und dennoch hat er mit dragon only Und hier unten noch mit balloons und mit einem barbaren könig auf sieben Keine 100 prozent geschafft und was eigentlich noch ich will nicht sagen peinlich also jeder kann mal fehlen bei jedem kann es mal schief gehen was eigentlich noch schwächer ist Was ich euch zeigen wollte war der angriff von einem rathaus 9 Und sind wir ehrlich wenn rathaus level 9 den vorletzten angreift den rathaus level 8 ist dann denkt man meistens schon okay da muss was gehen Er hat es aber hier nur 63 prozent hat der hexe dabei hat auch über die luft probiert Hat natürlich verhältnismäßig schwache einheiten mit fünfer barbaren könig und zweier bogenschützer königin und die drachen sind noch auf drei Und wir schauen es mal wie es bei ihm gelaufen ist er ist auch von hier drüben gekommen noch mal mit dem balloon hinterher Aber es reicht dann eben nicht aus die magier türme machen da mittlerweile schon auch einen erheblichen schaden trotz wut Und trotz der hexe die ich ehrlich gesagt nicht ganz verstehe warum er die gemacht hat hat es am ende auch bei weitem nicht gereicht hier deutlich deutlich weniger knapp als der angriff davor und Solide verteidigt also insoweit ich finde wenn man vorletzt ist kann man zufrieden sein wenn man nicht gefühlt wird meine meinung muss man ganz klar sagen bei uns Im klaren wo sagen alle hey die unten müssen gefühlt werden und ihr seht auch hier zum beispiel luka der king wurde gefühlt hat Kili würde gefühlt hat aber die kleine pepsi 2002 wurde nicht gefühlt hat also macht die base dahingehend wirklich einen ganz guten eindruck und bei ihr geht es auch Richtig gut voran ich kann nicht mal habe ich in dem sinne eigentlich noch gar nicht gemacht und aktuellen überblick geben was bei Eger ab geht ist es level 86 hat sich jetzt den vierten bauarbeiter gönnen können 1000 diamanten vor kurzem geknackt jetzt nur noch Einnahmen start und ja bei ihr läuft ganz gut sie hat zum einen hier bogenturm angestoßen auf die stufe 10 hat jetzt was mich sehr freut im labor heute den pecker anstoßen können dennoch neun tage und 20 stunden Lauf läuft läuft hat auch sehr sehr nice die barbank könig angestoßen Der jetzt dann auf stufe 5 kommt freut sie sich besonders dass es an die helden fähigkeit Einsetzen kann und gold wenn ich das richtig in erinnerung habe spart sie schon wieder für den nächsten Bogenschützenturm 2,5 millionen sie ist gerade bei 1,9 millionen also kann gar nicht mehr allzu lange dauern bis es drin ist vom angreifen her bei ihr auch ganz klassisch Die ist am bad schon hat barbaren und bogenschützen dabei Zauber hat sie keine mit am start und die base wird langsam sie wird also sie sagt auch ihr macht spaß sie ist auch nicht der mega farmer oder jemand der besonders viel angreift aber Ganz nach meinem motto hat sie natürlich ihre Elixier sammler und goldminen gleich auf die maximale stufe gebracht und das rentiert sich dann wirklich wenn man dann einfach nur ein zwei angriffe am tag schafft Holen sie noch mal was raus man kann sie zweimal am tag schön absammeln man bekommt seine ressourcen und kommt auch so wirklich langsam voran Jo das mal wieder heute eine folge mit dem account meiner schwester wir arbeiten ein golem musa pecker mit ihr gar keine frage Vielleicht lasse ich sie irgendwann mal im video selber angreifen ich denke zwar nicht dass sie dann sehen werdet weil das möchte sie nicht das Respektiere ich auch voll vollends aber ihr seht dann vielleicht mal ihre life skills also man darf nicht bedenken sie ist hier nicht der über pro macht das ganze auch nur zum spaß ich bin der der vor der kamera steht ich bin der mit dem kanal von daher muss das ja nicht jeder in der familie brenner machen und wenn euch das video gefallen hat oder ihr fragen habt oder Anregungen oder wünsche was ich mit dem account noch so zeigen soll dann schreibt unten gerne in den kommentare wenn es euch gefallen hat lasst gerne den daumen hoch da Und wenn ihr sagt coole videos ich wäre gern bei jedem dabei dann könnt ihr mich natürlich auch gerne kostenlos hier unten abonnieren ein spätes video Ich werde jetzt noch schneiden ihr habt es gesehen ich hoffe es hat euch gefallen ich wünsche euch einen schönen montag abend macht gut bis zum nächsten mal